Ich versuch, die Fensterrolläten zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuch, das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib! Okay, jetzt bringt der Spaß richtig achten. Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's für heute. 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 Yeah, yeah. Das war's für heute. 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 Okay. An alle Mitarbeiter, wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Auszug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherung von den im Lager aufgestellten Hilfsgenerator und starren Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu.